Hallo von der Meerschweinchenfarm.at So, Traudl, komm mit, zeig ich dir was. Ich muss euch unbedingt was zeigen. Ich habe ja jetzt die Farm noch ein bisschen herbstfit gemacht und hat auch ein rotes Dach gekriegt. Ein rotes Dach, ich freu mich ja so. Und die Meerschweinchen haben einen neuen Friseer gekriegt. Die kleine Kneipe kennt man eh schon. Hotel kennt man eh schon. Die Männer-WG, Emily, du wieder. Mann, Frau, du, das Frauenzimmer. Die Taverne, jetzt gerade nur um fertig zu werden. Eine neue Gemeinde haben wir gekriegt. Den Big Brother Platz, den kennt man eh schon von der Webcam. Cafeteria, Biergarten, da haben sie jetzt auch noch einmal ein neues Haus gekriegt. Da hast du gleich Schuh zum Friseer gekriegt. Grillecke. So, und hier, bei Big Brother, die erste Challenge, beziehungsweise Staffel 1, die Challenge, sagen wir so. Habe ich heute schon angefangen zum Aufbauen. Schon ist gut gesagt. In zwei Tagen geht es los. Ja, und ich freue mich, wenn das älter 1 kommt am Freitag natürlich und die Challenge filmt. Und ja, Teil 1 der Challenge ist dann praktisch so, da machen die Meerschweinchen was. Teil 2 machen wir alle gemeinsam was. Aber mehr will ich schon gar nicht verraten. Und ich freue mich einfach so über mein rotes Dach. Also, tschüss von der Meerschweinchenfarm.at und ein fröhliches Wink Wink!